WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist gar nicht so einfach. Den Ball immer so zu treffen. Da muss man ein gutes Auge haben. Sehr schnell sein. Und dann sollen wir auch bei Lächeln. Für die Fotografen. Ach, achten soll man. Okay. Das ist das genaue Gewicht, das man bringen muss. Am Freitag bei der Waage. Das wird in Duisburg sein. Das wird in einem VW Autohaus gewogen werden. Für das Fliegengewicht ist 50,802 Kilogramm. Die Fahrer gerade, das hat sich überholt. Das Liegen ist im Hotel in Karst. Ich glaube im Parkin Hotel in Karst wird gewogen. Um 13 Uhr ist das richtig.